Ja Hallöchen es geht sofort weiter in den Boden ja nur doof ist ja das ist ein bisschen unsymmetrisch ist oder asymmetrisch wie man es auch gerne nennen würde mir ist gar nicht aufgefallen dass es nachts ist mir ist gar nicht aufgefallen dass wir auf peaceful spielen es hat eine schwarze Ente sondern eine Falle das ist in Wahrheit ein Enderhuhn das weiß ich weil ich es weiß Kippa meine Lieblingstiere hoher meine Lieblingstiere sind was ganz anderes die gibt es wirklich jahre so meine Lieblingstiere nicht die Krieger wäre schlimm wenn es die Liebe wird mit so auch da hinten wer beinahe nicht gesprungen ein bisschen Erde Na, okay. Aber kann man schon so... Ihr seht ja geil aus. Was seid ihr denn für Gespenster? Oder was hat euch misshandelt? Ehrlich gesagt, wissen will ich es nicht. Und alle natürlich warten so sehnsüchtig vor meinem Haus. Ah, da hinten ist unser anderes Dingsee. Uah! Uah! Erstmal ganze Erde einsammeln. Und runter bevor noch irgend so ein Viech kommt. Und wieder nach oben. Jetzt esse ich erstmal das Fleisch mit dem Dampf. Du bleibst draußen. Boah! Kann man hier rein spazieren. Jawel! Schön im Creeperbett schlafen. So! Was? Boah! Wie kommen die hier? Ach so, okay. Ich denke ich weiß schon. Ja, ich werde es dann erstmal hier wieder schließen. Hu! Hu! Ansonsten... alles ganz? Ich bin klein. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Es ist dran. und schnell wieder rein nein du nicht und erst mal neue Schwerkraften ich kaufe mir ein neues Schwert Schalom Schalom Ach, Eingriff Haben wir? Ja, haben wir dann kann ich das mal ein bisschen ausbessern so, mehr wollte ich nicht und dann brauchen wir auch eine neue Scharpitzhacke so damit nichts reinkommt hier wurde ein Zombie massakiert ja, ich finde sowas auch total schön Kohle Kohle noch mehr Kohle Kohle-Rah die Kohle-Rah sind tralala bei jeder weiteren bei jedem weiteren Opfer ja ja ja, Mensch, ist so richtig interessant was interessanteres hat man kaum muss man ehrlich mal sagen eine ordentliche Reihe habe ich schon abgetragen ja, ja und ich weiß, ja, ja leckt mich am Luteos Maximus ja, das heißt das nämlich dieses Jahr, ja, was ich total dämlich finde was einfach nur ein Wort oder mehrere Wörter sind ja, das dürfte so reichen an sie den Kürbis und das Creeper-Bett muhahaha ich habe die Creeper meine Gewalt genommen und ihr aus ihr Fell entstand dann das Bett ich habe eine bessere Idee was ich machen kann wozu baut man sich heute noch Treppen aus Erde schon Treppen aus Steinert ja 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 Hauptsache ich fahre nicht nach innen dann nein ja 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 Interessant aus, ne? Aber ich habe schon so meine Ideen, meine persönlichen, was man daraus Schönes machen kann. Ja. Es sieht jetzt nicht wirklich so interessant aus. Es ist einfach ein riesiges Viereck. Und wir tragen weiter. Das Haus sieht ein bisschen schlauer. Ja, wie weggeschmissen, sag ich mal. Anders kann ich es nicht formulieren. Dann kann man die oberste Schicht auch noch abtragen, wenn man so lustig ist wie ich. Und ich bin sehr lustig. Achso, ja. Übrigens, hier ist Texture Back hier. Das ist Texture Back meine Kraft. Was sicherlich schon einigen aufgefallen ist. Und ja, das ist aber diese Halloween-Version. Ja, da es ja bald ist. Also ich glaube, dass es Halloween-Version ist. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Doch, noch mehr Kohle. Ich habe ein Kohle-Bergwerk hier. Nein, ich weiß jetzt nicht so genau, worüber man reden könnte. Das Einzige, was ich im Kopf habe, ist Arbeiten. Arbeiten, 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 Arbeiten. Beim Arbeiten glatt war es zum Überarbeiten übersehen. Haha. Hahaha. Na. Ganz aus Versehen was übersehen. Ja. Da gibt gar keinen Sinn. Na. So, mehr kann ich auch nicht machen. Dann könnte man eigentlich Erde gebrauchen. Denn, wie gesagt, ich habe etwas sehr sinnvolles, wollte ich schon sagen. Nein, sehr sinnvolles vor. Ich habe einfach nur so einen Rahmen. Ihr wisst ja, 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 ne, war dick vorher. Und wahrscheinlich gewählt es keinem von euch. Aber es ist mega. Ja. Ja, da haben wir. Ja, da haben wir. So. So. Ach man, hätte es irgendwie... Na gut. Autsch. Ja, das habe ich nicht wirklich bedacht. Ja. Was ich hier mache, ist... ...auffraglich. ...auffraglich. So. So. Und so. Und... ...da. Und da. Ja. Ja, mit... ...mein Geheimgang. Vielleicht haben ja einige schon erraten, was ich vorhabe. ... ... ... ... ... dann würde ich einfach mal sagen und somit hätten wir auch die unterste Etage verdammt das muss dranbleiben gut dann ziehe ich es komplett runter noch können wir ja mal ein bisschen furcht am Bau veranstalten und ja es bietet sich jedoch schon an ja doch ich hab da schon gut die Ideen aber erstmal bis zum nächsten mal und tschau